Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tatsächlich mal wieder eine Review. Ich weiß, irgendwie war dieses Jahr mit Reviews recht spärlich gespickt, was natürlich auch an der derzeitigen Kinosituation liegt. Aber heute reden wir mal wieder über einen recht aktuellen Film noch, und zwar ist das Vivarium. Vivarium kam letztes Jahr raus. Ich glaube, der lief in Deutschland irgendwie beim Fantasy-Filmfest. Und diese Filme finde ich ja dann sowieso immer sehr interessant. Ich war ja letztes Jahr leider nicht auf einem Fantasy-Filmfest, sonst hätte ich mir den Film bestimmt angeschaut. Aber zurzeit kann man sich das Ding auch auf Amazon Prime anschauen. Und in Vivarium geht es um ein junges Pärchen, die in ein Haus ziehen möchten. Und das finden sie auch, diese Gegend schauen sie sich an, und auf einmal müssen sie feststellen, dass sie von dieser Gegend nicht mehr wegkommen und irgendwie in diesem Haus gefangen sind. Und über den Verlauf des Films versuchen sie dann mit allen Mitteln aus dieser Gegend zu entkommen, diesem Haus zu entkommen und auch allem zu entkommen, was dann noch folgt, was ich an der Stelle nicht noch weiter verraten möchte. Vivarium ist ein ziemlich interessanter Film, finde ich. Ein Film, der mir jetzt nicht super gut gefallen hat, das kann ich schon vorweg sagen, den ich aber trotzdem irgendwie sehenswert finde, weil ich die Prämisse sehr, sehr spannend finde von dem Film und vor allem auch die visuelle Umsetzung des Films doch wirklich sehr, sehr zu schätzen wusste. Dieser Vorstellung, dass du in einer Vorstadtgegend eingesperrt bist, wo jedes Haus absolut identisch aussieht, ist irgendwie sehr verstörend und ist, finde ich, ein sehr albtraumhaftes Szenario, was sie mit dem Film wirklich sehr, sehr gut rübergebracht haben. Also dieser Grusel-Effekt und diese Creepiness, die da mit einem rüberkommt, finde ich, haben sie sehr, sehr gut vermittelt in dem Film. Und noch dazu, wie der Film vor allem visuell aussieht, dass die ganzen Hausfassaden alle dieses wirklich unausstehliche Türkis haben, wo, glaube ich, jeder normale Mensch sagen würde, das ist so anstrengend für die Augen und so nervenaufreibend und ungemütlich irgendwie, aber das passt halt total gut zu dem Ton, den der ganze Film fährt. Und noch dazu, wie das alles aussieht, auch wenn die sich draußen bewegen, die Exterior-Shots sehen halt auch nicht wirklich aus wie richtige Außenaufnahmen, sondern sehen trotzdem aus wie Setaufnahmen. Aber in dem Fall ist das nicht, weil die Außenaufnahmen oder die Sets halt einfach schlecht sind, sondern weil sie ja genau dieses Feeling erzeugen sollen, dass man irgendwie wie fast schon in so nem Laborkäfig gefangen ist in dem Fall. Wie als ob die durch ne riesige Spielstraße laufen oder in so nem Puppenhaus gefangen sind. Genau das Gleiche sieht man auch so mit den Wolken am Himmel, die so unnatürlich künstlich perfekt wie Wolken aussehen. Das wird in dem Film auch ganz direkt angesprochen. Also was das anging, fand ich Vivarium richtig, richtig super und super interessant, vor allem auch, wie er umgesetzt war und auch irgendwie was sehr Besonderes, was ich so vorher noch nie wirklich in nem Film gesehen habe. Und allein schon von der Warte aus ist der Film definitiv schon mal ein Blick wert. Und noch dazu ist es ein Grundstein für eine, finde ich, erstmal wirklich interessante Storyline, dass dieses junge Pärchen dort gefangen ist und jedes Haus ist gleich und jedes Haus ist irgendwie für sie bestimmt, das spätere Haus zu sein, wo sie ihre Familie gründen und ihre Kinder aufziehen werden. Und ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, macht der Film da, finde ich, auch was recht Interessantes auf ner Meta-Ebene, was er ausdrücken will. Das Ganze steht dann irgendwann sinnbildlich für ein angestaubtes Familienleben, für eine eingerostete Beziehung, die man hat, wo irgendwie die Rollenverteilung sehr, sehr klar ist. Jesse Eisenberg ist so ziemlich den restlichen Film damit beschäftigt, einfach nur ein Loch zu graben, weil er glaubt, dass da irgendwas ist. Aber er klammert sich halt an irgendwas und damit nimmt er natürlich auch irgendwie dieses ganz klischeehafte Männerbild von so traditionellen Beziehungen ein, dass der Mann draußen den ganzen Tag arbeitet, während die Frau sich drinnen um den Nachwuchs und den Haushalt kümmert. Und das kommuniziert der Film, finde ich, eigentlich ganz schön, dass sie keinen Ausweg mehr haben aus dieser Situation, dass sie sich dann irgendwie damit abfinden und auf ihre Aufgaben versteifen und dann du auch siehst, wie irgendwie ihre Beziehung natürlich anfängt zu bröckeln. Also das ist wirklich eine ganz spannende Aussage, die der Film, finde ich, in einem interessanten Szenario und in einer interessanten Story verpackt. Das Problem für mich war bloß, man erkennt recht früh, was der Film irgendwie aussagen will und danach kommt dann leider nicht noch viel mehr. Das heißt, der Film scheint irgendwie so ein bisschen in seiner Story da festzustecken und geht nicht mehr wirklich voran. Und er hat halt diesen einen Konflikt und dieser eine Konflikt zieht sich halt über den ganzen Film. Aber da ist mir persönlich irgendwie zu wenig Steigerung drin gewesen. Und vor allem auch hatte ich das Gefühl, dass der Film bei diesem Punkt, dass er diese ganze metaphorische Ebene anspricht, viel zu früh ansetzt. Meiner Meinung nach hätten sie viel mehr Zeit damit verbringen sollen, zu versuchen, aus dieser Gegend und aus diesem Haus irgendwie rauszukommen. Fand ich vielleicht ein bisschen unglücklich aus so einer dramaturgischen Sicht. Wobei der Film dann auch noch ein weiteres Konzept mit reinbringt und hier sind milde Spoiler an der Stelle. Es wird ihnen auf einmal ein Paket vor die Tür gestellt mit einem Säugling da drin und dieses Kind wächst super schnell heran. Der kleine Junge ist übrigens fantastisch gespielt von Shannon Jennings. Das ist so eine krasse Kinderperformance und ich habe so einen Hass auf dieses Kind entwickelt, wie glaube ich zuletzt bei Joffrey in Game of Thrones. Also der spielt das wirklich absolut hervorragend und wirklich creepy und gruselig. Und das kommt zum Schluss raus, dass sie eigentlich nur gefangene Zieheltern sind, um dieses Wesen, was dieser Junge ist, groß zu ziehen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Horrorkonzept, was ich mega geil fand. Wo ich dann aber auch super schade fand, dass der Film da nicht noch weiter eingestiegen ist, dass der Film da nicht noch mehr die Horrorschiene gefahren ist, weil ich glaube, genau das hätte der Film gebraucht. Das kommt leider erst zum Ende so wirklich raus und dazwischen hat der Film irgendwie ein bisschen Leerlauf, wo die Story so vor sich hin plätschert und sich immer wieder zu wiederholen scheint. Und ja, ist an der Stelle leider irgendwie verschenkt das Potenzial. Deswegen muss ich sagen, Vivarium hat wie gesagt super interessante Konzepte und eine interessante Story an sich und ist visuell auch super in Szene gesetzt. Was den Erzählfluss angeht, knickt der Film aber leider völlig ein. Nichtsdestotrotz muss ich hier auch definitiv nochmal die beiden Hauptdarsteller loben. Jesse Eisenberg und Imogen Poots, die ich beide sowieso sehr, sehr gerne sehe. Vor allem Imogen Poots und beide sind absolut fantastisch und gehen super in ihren Rollen hier auf und denen kauft man das total ab. Also die beiden liefern wirklich eine absolute Glanzleistung ab. Vor allem, weil die beiden ja auch den ganzen Film auf ihren Schultern tragen. Es tauchen so gut wie keine anderen Schauspieler in dem Film auf. Alles in allem gebe ich Vivarium 6 von 10 Punkten. Alles in allem ist der Film okay und ich finde für Leute, die gerne irgendwie so Gruselfilme sehen, die so ein bisschen in so eine andere und unkonventionelle Richtung gehen. Die sollten sich den Film auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, er ist gerade auf Amazon Prime. Bei allen anderen kann ich auch verstehen, wenn der Film definitiv nichts für einen ist. Und auch wenn ich den Film jetzt nicht bombe fand, bin ich doch sehr froh, den Film gesehen zu haben. Habt ihr Vivarium gesehen, dann lasst es mich doch bitte mal unten in den Kommentaren wissen, wie ihr den Film fandet. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch auch schon mal eine frohe vorweihnachtliche Zeit und bis dann.